Ja, da sind wir wieder an einem Tag, der vielleicht sogar die verstrahltesten deutschen Putin-Fans mal kurz ins Grübeln bringt. Warum verhandeln wir nicht mehr mit Putin? Ja, weil er ein pathologischer Lügner und rachsüchtiger Despot ist, der seine Gegner verschwinden lässt. Der Kreml-Kritiker Alexei Nawalny stirbt im Straflager. Schockmeldung von heute. Ja, mal abwarten, was da noch rauskommt, wenn dieser Fall jetzt gründlich untersucht wird. Mann, bin ich gespannt. Derweil diskutieren wir hier bei uns über Kriegsangst und über Sicherheit. NATO-Länder können kaputt gehen, wenn sie das 2%-Ziel nicht erreichen. Das hat zwar mit den NATO-Statuten nichts zu tun, aber die hat er ja eh nie gelesen. Hier, Trump über einen fiktiven europäischen Präsidenten, der ihn angeblich mal gefragt hat, ob man auch für unter 2% noch beschützt wird. Ja, Sie haben ganz richtig gehört, der durchgeknallte Orangenmann ermuntert seinen alten Kumpel Putin, sich bei Gelegenheit doch mal eine Scheibe Europa abzuschneiden. Geht's noch? Sehen wir bitte krampfhaft das Positive, meine Damen und Herren. Wegen Trumps neuestem Sprechdurchfall zum Thema NATO hat Europa vielleicht endlich kapiert, nur 10 Jahre nach der Krim-Annexion, dass wir uns selber um unsere Sicherheit kümmern müssen. elevat挑angen hat uns erst, wie der Krim-Annexion auf Desenalties gelistigt hat.